Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spie mit mir Apps und Games und wir sind wieder in der freundlichen Kinderklinik von Playmobil oder Playmobil Interactive. Eine echt tolle App, das ist glaube ich mittlerweile die fünfte Folge heute und unser Krankenhaus oder die Kinderklinik, die wächst und wächst und wir haben noch mehr Personal als am Anfang. Und es geht heute weiter, wir haben zwei Krankenschwestern glaube ich, einmal oben und unten und wir haben zwei Ärzte glaube ich, ja eine Ärztin, einen Arzt vielleicht und hier oben gibt es was zu tun, deswegen schicken wir eine Ärztin nach oben, die kümmert sich um das obere Stockwerk und falls unten zu viel zu tun ist, dann kommt sie noch nach unten, aber momentan geht es ja noch oben. Links sehen wir unseren Fortschritt, unseren Levelfortschritt und für jeden Fortschrittspunkt sage ich mal oder Level kriegen wir was, wir haben unten hier zum Beispiel den Röntgenraum, hier zum Beispiel den Operationssaal, hier oben die Säuglingsstation. Dann wollen wir erstmal gucken, was denn heute so anliegt, eine allgemeine Untersuchung. Machen wir doch gerne bei unseren Playmobil Figürchen. Sehr gut, das hat geklappt. Pulsmessen. Und jetzt noch Fieber messen. Oh, die hat aber mächtig Fieber. Das ist nicht so gut. Okay, die allgemeine Untersuchung ist abgeschlossen und es gibt wieder Punkte, allen geht es anscheinend gut. Okay, unten vielleicht zum Röntgengerät, es muss geröntgt werden. Das machen wir doch. Bereite das Röntgengerät vor. Kriegen wir hin. Sehr gut, hat geklappt. Überhaupt kein Problem. Cool, cool, cool. Oh, und da ist eine Patientin, glaube ich, da. Mal nach vorne. Oh, jetzt ist aber ein Notfall da. Darum müssen wir uns erstmal kümmern. Ach nö, warum klappt das denn jetzt nicht? Ich will nicht den Bildschirm. Ach nö. Jetzt merkt ihr, es ist das komplette Chaos hier ausgebrochen. Deswegen muss ich die Ärztin nach unten holen. und zum Notfall. Tür auf und bitte zum Notfall kommen. Es ist ein Notfall da. Und ich habe gehört, man kann auch einen Hubschrauber hier freischalten. Da bin ich mal gespannt, wann das denn geschehen wird bei uns. Es gibt hier eine Kranke. So, Blut abnehmen müssen wir. Wupp, Spritze da rein und Blut abnehmen und eine Probe fürs Labor. Sehr gut. Pflaster drauf, das ging doch relativ schnell. So. Wieder ein Aufzug und nach oben zur Säuglingsstation kümmern wir uns erstmal. So, jetzt hat es unten auch geklappt. Nein, ich will auch gar nicht weg. So, jetzt hat es geklappt. Deswegen machen wir das hier vorne gerade am Eingang. Wieder Blut abnehmen. Wir wissen, wie das geht. Das geht mittlerweile super schnell. In der Playmobil, in der freundlichen Kinderklinik von Playmobil. So, oben gibt es ein bisschen was zu tun. Bei der Säuglingsstation hier vielleicht Größe und Gewicht feststellen. Damit habe ich schon gerechnet. Hier die Größe. Das passt. Und Gewicht wahrscheinlich auch. Ne, ist ein bisschen zu viel. Ja, das passt. Wiegt aber eine Menge. Okidoki. Und hier unten im Operationssaal gibt es was zu tun. Knochenbruch behandeln. Oh, das ist eine Fraktur. So nennt man auch einen Knochenbruch. Und der ist behandelt. Und alles wieder verheilt, glaube ich. Ja, cool wäre, wenn die jetzt so einen Gips dran hätten. So, einmal hier zum Krankenbett. Und die Dame, die kann sich hier vielleicht gerade die Hände desinfizieren. Das machen wir vielleicht als erstes. Haben wir halt noch nicht gemacht. Wir brauchen ein bisschen Desinfektionsmittel. Ein bisschen auf den Händen verteilen. Ok, unter Wasser. Alles klar. Und trocknen. Na, warum klappt es denn nicht? Es muss noch trocken werden irgendwie. Ja, jetzt hat es geklappt. Und wir kriegen mal wieder Punkte. Sehr gut. Nicht mehr lange. Dann sind wir wieder in einem Level gestiegen. Ein Infusion legen. Machen wir einfach die Farben hier zuordnen. Das geht relativ schnell. Und es hat geklappt. Und wir kriegen wieder Punkte. Mal gucken, ob wir ein Level höher gekommen sind. Ja. 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 Wir haben den Notfall-Helikopter, Leute. Super. Schaut euch das mal an. Super cool, oder? Also das gefällt uns doch wirklich sehr. Wow. Und es gibt auch direkt einen Notfall. Deswegen mal schnell dahin. Es gibt einen Notfall. Hier die Tür auf. Aber warum können wir denn jetzt nicht... Doch. Direkt zum Hubschrauber. Keine Sorge, wir sind da. Finde die Knochenbrüche. Oh, ja. Oh, da. Beim Oberschenkel. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 hier. Haben wir schnell gefunden. Wir werden jetzt gespannt, ob der Hubschrauber wieder abhebt. Yo. Super cool. Gefällt uns wirklich sehr, Leute. Wir haben den Hubschrauber freigeschaltet. Vielleicht kümmern wir uns noch um die Patienten hier unten. Und das soll es dann für den fünften Tag gewesen sein. Oh. Da kommt ein Notfall. Wir müssen... Tut mir leid. Wir müssen schnell zum Notfall. Dann ist das das Letzte, was wir heute machen können. Den Notfall behandeln. Das machen wir auch. Und wir müssen nochmal Knochenbrüche finden. Guck mal hier. Die Haare. Das Gesicht. Ne. Oh, hier. Am Becken. Und hier am Oberschenkel wieder. Okay, Leute. Die freundliche Kinderklinik. Die Super Playmobil App. Macht uns sehr viel Spaß. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wir haben den Helikopter freigeschaltet. Sehr cool. Der landet hier genau, wie der Rettungswagen hier immer vorbeifährt. Sehr cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie sieht es mit weiteren Folgen aus? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und dann sehen wir uns beim übernächstes Mal. Nein, beim nächsten Mal. Ciao.